ja alle leute ich bin euer eforten 212 und ist immer wieder weiter mit wegen mehr hier ja ich habe gestern aufgenommen und ich bin immer auf dem hochladen es tut mir leid das ist ein langer Ort und das ist auch noch drei Spuren und da dachte ich mir ja wenn ich gerade wegen dem hochladen kann ich noch den zweiten Part aufnehmen und ja wir starten mal direkt mit Dustman ich mache die nächsten 4 Characters einfach durch und dann kommen wir einfach in den finalen Stages einfach und dann das mache ich dann schon wieder und das ist ein grandioser Anfang das ist lecker oh ja schlägt man haha ich habe die Kille die Reck ja das mag ich nicht so sehr jo ich habe ja ein Greygeat gehabt ja ah oh ja du hast das gestern oh ist ein Wunder ja sehr toll bravissima ja ja diese marienkäferschnurfen folgen uns auch noch das ist nicht mehr es sieht so fett dafür leben ab dieser scheiß fischer das oh was du so that get the same my best friend too much the street candy easy EEEEASY Ha 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 Jetzt kommt der böse Stück Will er da hin? Ja Das erfreut den Kindern aus der Arschschule Oh du hästliches Scheißdreckstuhl Boah Ha 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 Was war das so für Pro-Move, Bitches? Oh da hast du jingling, meinst du kratzen oder was? Yeah, yeah, ich mach euch alle flott Tja, so läuft das Goodbye, Bitch Oh man, das werde ich schon wieder draußen lassen in der Sandheit Tja Der Döner-Mann Der Döner-Mann Der Döner-Döner-Döner-Döner-Döner-Mann Der hat echt alles, alles kann Dustman Kann man mit dem Ringman ausschalten Und ich habe Und ich habe 0 E-Tanks Obwohl... Okay Dustman, Bitches Gibt es einfach mal Ja Mann Nein Ach komm! Das rei ich mir jetzt. Boah! Wuh! Nein, da ist ein bisschen nur nur pädophiler Roboter! Ja! Noch einmal, dann war's dann. Nein! Ey, komm! Cheater, Hacker! Ja! Ah! Boots, ich hab dich genudelt! Oh, je, hey, ich hab dich genudelt, Baby! Werde verwöhren, ich kann meine Schwarzen hierher! Ja, wir haben jetzt den Bastardi! Wieder ein 3D-Effing! My Tarazza! You got dust, Crusher! Oh, yeah! Stay select! Ähm, wer ist jetzt dran? War es Skala? Ne, man! Dice Man und Drill Man! Ähm, ich weiß jetzt nicht, aber wir können uns entscheiden! Und er, erst mal mit Pause, weil wir so, so eine geile Schlütze sind, das glaubte kaum. Meine Nippel sind jetzt gerade so hart! Oh! Oh! Meine Nippel sind so hart, das fühlt sich so geil an heute! Und ich war nur scheiße! Ja, erst mal eine kleine Pause! Ja, erst mal eine kleine Pause! Bis gleich! Das geht weiter! Mein Nippel sind besser geworden! Und jetzt spielen wir gegen Skullman! den Schädelmann! Oh mein Gott! Bitches! Okay! Der Skullman schafft! Kein Plan! Er ist noch vergewaltig! Ja, das ist noch vergewaltig! Haha! Ach wie eifer! Das ist eine hei... Heiße Action mit Saku! Heiße Action mit Saku! Heiße Action mit Saku! Tja. Sehr, sehr interessantes Level. Geil, alter, will er es mich verarschen? Destroppt eiskalt zu meinem Leben. Wie geil. Du wirst böser. Voll geil, ey. Oh mein Gott! Ist ja echt toll. Tschüss. Easy going, bitches! Dür dür dür, Dür dür! Dür dür, D! Das war nicht gut für euch! Ah, ganz kalt, tschüss, dazu schule ich. Schwule Fledermäuse greifen an, oh mein Gott, schwule Fledermäuse greifen euch von hinter an. Das ist jetzt echt mütig. Schwule Fledermäuse. Boah. Ja, Alter, ist das süß. Zucker, Baby, Zucker. Ah, bist du hier? Du drofs Leben? Ein E-Tech bist du süß, ey. Ich werde dich mal vergewaltigen, weil du mein bist, Alter. Geh'n geschlagen. Ah, ne, Schwieger war's auch. Geh'n ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Oh, yeah. Falk dir nicht mein Arschloch! Oh, fuck, yeah. E-Tech, bitches. Wenn ich mich nicht zu dumm einstelle, schaffe ich das gar nicht. Weil ich mich nicht zu dumm einstelle. Also, Leute. Was nehmen wir? Mary. Mary, Mary, Mary. Mary, Mary, Mary. Oh, fuck, yeah, that's a crime. Ja, toll, der. Bester, Bester, Bester Freund. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Vielleicht die Köln-Mann. Ja, das war ein Schuss in den Ofen! Ja, das bringt mir gar nichts. Was? Ich kann nicht an den E-Tech rannen. Wiegepasta! I- NEIN! Der Mann kommt hier drüchte. Da ist der E-Tech da. Ma! Seine ist so f- hesslich. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh yeah!!! Baby!!! Das war Nessa süß an dir!!! Naaaaaa! Tschüss! Ha! Ha! Komm schon du hessische Opel! Skullman ist ja hier! Ich werde 4s mit Rewind zu einfach. FLASHMASTER STAY! Ciao! Easy bitches! Man! Sch... Ha! HA! Asshole! Ja. Toll! Poppen wir ganz schnell. Jetzt kommt der... Das nehmen wir mal. Mal gucken was der drauf hat. Gegen... es ist egal was er macht bei so einem angriffen der hat menschen knarren angezogen ist ein kann ich meine freunde das ist ein ganzer größer heißt nein und du dachtest du könntest den einzigartigen großartigen evos und zweites play fertig machen da hast du dich geschnitten bitches wir haben jetzt geschäft und wir schaffen bald diese fangen zwei stagern weil wir so krass sind you got some barrier oh yeah that's nice bitches that's nice und jetzt haben wir nur drei und erst mal eine kleine pause weiter und wir machen jetzt sind gleich fertig oh ja darauf freuen uns und er macht eine richtig geile hobo posen ja da ist wenn der vorletzte stage könnte auch richtig übel werden das 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 ist die frossteig man ein alien ein alien ein alien ein alien oh nein 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 weeeee Die Hürden kann schwimmen. Töte diese Fische! Alter! Das wäre so der Pröder. Ich bin so der Pröder. Jawoll! Easy going bitches! Ja. Ein fetter Wahl! Oh, ich bin schon tot! Bin ich ein Pröder? Bin ich ein Pröder? Oder bin ich ein Pröder? Weißt du auch, wer es ist? Tja. Ähm... Ich bin der Pröder. Am besten ist es, wenn wir jetzt den Schuss aufladen. Wir können laden. Und... Boom bitch! Bitch! Da ist ein... Oh ja, ein... Du kattest garfett! Das ist das beste. Das ist das beste. Das ist das Beste. Nein, das ist ein Blasen. Ich bin ein Blasen. Ich bin ein Blasen. Ich bin ein Blasen. Oh ja. Oh, doch! Das war nicht so der Kanu. Darauf kann mich überhaupt nicht fahren hier. Nein! 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 Jetzt rede ich. Tja. Sehr geht das Spiel. Jetzt ist es noch nicht so ein Blasen. Oh Gott, was du Hure! Was war das denn? Nee, du bist erschossen. Wander mir nichts, aber du hast erschaffen. Das war ein Last Chance. Okay, du bist ein kleiner Bimbo. Ein süßer Bimbo. Ja. Nein. Was soll der Kack? Nicht Spaß. Das war ein sehr fettig von mir. Ja! 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 Manta hoch! Manta hoch! Vereint! Extra life, niggas! Weiter! Boah! Es fällt den Boden den Tag! Jawohl! Der Wal saugt! Wie ne Hure! Nein, er hat einen Schuss gebrochen! Das glaube ich nicht! Das ist nicht arisch! Aber warum bin ich gerade so rassistisch? Ich weiß es nicht. Ich mag halt Wale nicht so sehr. Aber Wale können da nichts dafür, weil es ist festlichste und so ist es mitgestallt. Ein grüner Megaman? Wollt ihr das erfahren? Wie geht das? Erforzen nächste Folge von Let's Play Megaman 4 Nein, es war ein richtig schlimmer Klassiker. Oh nein, es war ein richtig schlimmer Klassiker. Oh nein, es war ein richtig schlimmer Klassiker. Mein Teil war kein Gleiswahr. Mein Teil war kein Gleiswahr. Mein Teil war kein Gleiswahr. Das ist... BOMBEE! Das ist eine Mine! Und das ist eine BOMBEE! Was machst du dabei? Sieht doch... Geh doch höher, du! Du hast mich entgegen! Geh doch höher, du! Ich bin da so schüttelig. Ja, der geht nicht da rüber runter, ey, hier. Keine Ahnung, ich bin sicher. Okay, Diceman haben wir jetzt essen und können den Skull-Scheiß benutzen. Ja, wir nehmen ja zuerst den hessischen Kull-Scheiß ein. Nein, wir nehmen jetzt nur Skull-Man und werden ihn jetzt schön die Rosette polieren. Wenn wir es schaffen. Ja, da kann ich mich sterben lassen. Wir können sein eigenes Stern dazwischen. Aber egal. Suche seine Dame. EINE MEGA BASTARD! Okay. Butt-Smashing, Mutter. Der weiße Halt, der weiße Halt, der weiße, der weiße, der weiße Halt. Der weiße Halt, der weiße Halt, der wird dein Fett als Schreiner breiten. Und jetzt? Voll aufladen. Und dann werde ich voll erwochten in die Fresse schießen. Ey, jetzt komm, muss ich das wieder aufladen. Das sind fliegende Torpenos! Torpenos! Ja, da schießt er aus der Brust wie ein Power Ranger! Oh yeah! Okay, wir haben ja, wir haben noch fünf Wege, Mensch. Ja, wir haben den Skullman jetzt. Jetzt bekommst du was, ein Blut. I love you. WUH? 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 Aye! Wah! WaH? WUH? WUH WUH?! SERLER! War ich nicht geil! schalten. Und ja, wieder. Oh, nee, er fett. You got dive missile. Oh yeah, niggas. That's my skill. That's my skill. I love that shit. Okay. Jetzt waren es nur Drillman und ja, bis dahin mache ich wieder eine kleine Pause. Beim 20-Moot-Pot. Richtig schnell heute, ja? Also, kleine Pause. Bis gleich. Bis gleich. Letzte Stage, Drillman. Und wenn wir ihn haben, haben wir alles geschafft. Ja, bis jetzt mit 4 Mein Lieblingsteine. Der einfachste Teil bis jetzt. Deutsch einfach als der zweite. Was man gar nicht sagen. Du, die Stages sind zu teibisch. Die fordern auch nicht so krass. Das kann ich euch nicht vorstellen, dass es wirklich so eine krasse Stages ist. Man nimmt ja ein paar Hitschen, aber da waren die echt schwer. Ja? Wenn du Fettzeug noch so früher hochgesprungen hättest, hättest du dir ja echt die Eier kletten sollen. Ja? Ja, ducus einfach durchraschen! Ja? Bei irgendwas? Ja, ja, ja. Kun schon. Miuss. Kun schon? Fettk opi. Datyutata! Ob die Feuerwehr ist da. Datyutata! Ob die Feuerwehr ist da? Jaaa, easy! Das ist meine Sache. Das ist meine Sache. Holy Shit! Holy Shit! Ja, das glaube ich nicht. Ich schaue ja noch. Ich will euch alle! Ihr rotete Schwanz! Oh mein Gott! Pädophile Roboter! Pädophile Roboter! Dreh dich! Dreh dich doch, Döner! Döner, Döner, dreh dich mal bitte! Haha, kleine Pänisse! Das hat sehr viele interessante Sachen. Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann abonniert mich und gebt mir 5 Sterne, was auch immer. Ich bin ja ein YouTuber der höchsten Niveau-Klasse. Ja, ähm, weiter geht's! Ja, ich nehm schon die ganze Zeit, Steffi. Ich nehm schon seit 2 Tagen auf und weiß immer, was ich weiß, dass es sein wird. Ah, kein weiteres Mal. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist ein ... 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 Heu! Ein ... Ein kleiner Käselstein ist mit's Augen geflogen. Die hat mich gestorben. Aua, ein Kieselstein. Ein paar Kieselsteine. Nein! Spreng! Spreng! Ah, spring doch einfach! Ich bin ein Bruder, leider. Komm herr. WTF? WTF, DUDE? DUDE? I swear I will shit you my face and your pants and I remember when you, when you, when I want you, I want shit. Stupid ass shit. Oh god, dude. What are you doing, man? What are you doing? I don't know what to do, oh my god. And self-resist, I can't, I can't, I must hope for T-backs. It's so dangerous to be here, my friend. My English T-backs I want. I want to start refue- Oh, that's not so funny. I want to stay with you. And a- My Kieselstein, my Kieselstein. This is a magical fan, this is a magical fan. Stick, I'm here with you. Ah, I'm dead. What are you doing here? What are you doing here? You're not a Time-Stopper. Mav-made, ringman, dustman? Bright? Bright. Caramel. Und ich dachte im Gefallen. Doch, das ist das. So einfach ist das. So einfach ist das. Nein! Nicht Arsch! Du willst was machen. Tja. Welt. 1, 2, 3, 4 Balken werden es definitiv schaffen, wenn wir Pro sind. Und wenn nicht, dann sind wir... Was will ich denn sagen? Der Bohrer, man. Er bohrt sich in einem Arschloch. Er hat sich in ein Arschloch gebohrt. Er bohrt sich in ein Arschloch. Er bohrt sich in ein Arschloch. Und ich bin schon wieder dort. Hey, Adolf. Wollen wir mal ein bisschen tanzen? Hey, Adolf. Du bist doch ein süßer süßer Knecht. Nein. Oh ja. Oh ja... Wtf? Wtf? Oh no. No, please. Please. I don't want to... My asshole! Er Wär! Er Wär, mein Freund! Er ist wie ein pädophiler, er ist ein pädophiler Roboter, der möchte sich an ein Arschloch bohren. Ja, ähm, slight links rechts, oder sonst noch? Überall, wo einem Fergie läuft? Nein, 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 nein. Haha, yeah, 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 wir schaffen es mit einem Berg. Yeah, 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 oh mein Gott. Ein gebohrter Schwarz ist stärker als Wasser. Ein Torpedo, haha, was ist ein pädophiler Torwart? Ein Torpedo, verstanden? Oh, fuck. Nein, ja, er schafft es nicht. Nein, Mama, 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 raus! Nein, Spaß. Ey, wie viel? Ich fände das nicht mehr so böse. Oh, Mann. Was macht ein Clown im Geruch? Fox, haha. Ja, SPRING! Rage-Pod! Kommt jetzt ein Rage-Pod wieder am Ende zu verstanden, weil er zwei ist nicht genannt. Nein! Oh, Alter. Zwei Schüsse noch. Oh, Junge, das ist nicht mehr fair. Oh, fuck it. Nein, das ist jetzt ein Scherz! Oh! Ey, du Fackzack! Wie hab ich dich gebummst? Scheißegal, wie bist du gebummst? Wir haben's geschafft, Leute! Wir haben's geschafft, wir können jetzt zum Supermarkt! Und das sind 30 Minuten voller Action und Scheiße! Jo! Das ging deutlich schneller. Und, ja, mach weiter. Wir müssen nicht 30 Jahre auf dich warten. 3D-Action! You got Drilling Bomb! Oh, fuck! Da kommt jetzt der Hund! You got Rush-Jazz! Adapter! Oh mein Gott, ein Adapter? Das gäbs nur hier beim Kück! Nein! Jo! Was? Was? Nein! 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 Ey! Ich hätte auf Stay Select gehen müssen, Stipp! Ach, warum ist denn Rewind? Das war das, 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 das... Stay Select? Ha! Wer ist das? Dann ist das Chuck Norris! Ha! Ha! Oh mein Gott, er ist hier! Ich glaube, ich kann mich verabschieden. Und, äh, ich hoffe... Chuck, ey! Nein, Chuck, bitte nicht! Chuck! Ich habe esse mitzunut, wir machen das zu... Wir machen das mitzunut. Das ist das... Ich bin schmied! Ich bin schmied mitzunut! Vielen Dank.